Wer also ist der Retter? Es ist der Herr, der Himmel und Erde und alle Dinge geschaffen hat, der eine wahre Gott, der Schöpfer. Nur der Herr, der alles geschaffen hat, ist der eine wahre Gott. Und nur der wahre Gott im Fleisch ist der Retter, der die Menschheit retten kann. Wenn es nicht der wahre Gott ist, der alle Dinge geschaffen hat, ist jener nicht der Schöpfer und kann die Menschheit nicht retten. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Denkt daran, es gibt nur einen wahren Gott, und nur der menschgewordene Gott ist der Retter. Nur der wahre Gott im Fleisch kann die Wahrheit ausdrücken und die Menschheit vollständig retten und uns zu einem herrlichen Ziel führen. Falsche Götter gibt es recht viele, aber es gibt nur einen wahren Retter. Wer also genau ist dieser wahre Retter? Vor 2000 Jahren kam der Herr Jesus und sagte, Tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Dann wurde er gekreuzigt, um die Menschen von ihren Sünden zu erlösen. Er vollendete das Werk der Erlösung und begann das Zeitalter der Gnade, was den Menschen ermöglichte, vor Gott zu treten, zu beten und mit Gott zu kommunizieren und Gott bis heute zu folgen. Das war das Erlösungswerk des Herrn Jesus. Der Herr Jesus war der Retter, der unter die Menschen kam und wirkte. Auf dieser Grundlage basierend, wer ist der Retter? Er ist Gott im Fleisch, der persönlich kommt, um die Menschheit zu retten. Der Herr Jesus vollbrachte das Erlösungswerk und vergab die Sünden. Doch die Menschen sündigen noch und sind zu echter Buße nicht fähig. Gottes Rettung soll die Menschen wahre Buße tun lassen und gibt sich nicht nur mit der Sündenvergebung ab. Deshalb verhieß der Herr Jesus, in den letzten Tagen wiederzukehren, um die Menschheit vollständig zu retten. Der Retter ist jetzt wiedergekehrt und er ist unter uns. Er hat viele Wahrheiten ausgedrückt, um die Menschen zu reinigen und uns vor der Sünde zu retten. damit wir uns Gott ganz zuwenden und er uns gewinnt, um das schöne, von ihm vorbereitete Ziel zu betreten, sein Königreich. Es gibt überall auf der Welt Menschen, die Gottes Stimme hören und vor Seinen Thron erhoben werden. Sie werden von Gott gerichtet und gereinigt, und Ihr Zeugnis ist wunderbar. Diese Menschen sind die Überwinder, die von Gott vollendet wurden. Leider gibt es immer noch viele, die Gottes Stimme nicht gehört, die Gottes Wirken nicht gesehen haben. Und deshalb legen wir gerade jetzt Zeugnis davon ab, wie der Retter die Menschheit reinigt und rettet. Wenn wir über Errettung sprechen, haben manche Menschen die vage Vorstellung, dass Gott plötzlich vom Himmel herabsteigt und die Gläubigen auf direktem Wege nach oben bringt, um den Katastrophen zu entfliehen. Diese menschliche Vorstellung ist wirklichkeitsfern. Es gibt ein weiteres wichtiges Problem. Wir alle wurden von Satan verdorben und haben eine satanische Natur. Jeder Mensch lebt in Sünde voller Schmutz und Verdorbenheit. Können wir direkt entrückt werden? Sind wir des Königreichs des Himmels würdig? Wenn jeder auf den Retter wartet und sich an diese Vorstellung klammert, dann wird dies zwangsläufig vergeblich sein. Sie werden weinend den Katastrophen anheimfallen. Wenn der Retter kommt, wie genau wird er die Menschheit erretten? Zuallererst wird er uns von der Sünde erretten. Der Herr Jesus vollbrachte nur das Erlösungswerk, um unsere Sünden zu vergeben. Doch trotz dieser Vergebung können wir nicht anders als weiter zu sündigen. Wir entkommen den Fesseln der Sünde nicht. Das ist eine Tatsache. Gott ist heilig und gerecht. Er erscheint an einem heiligen Ort und verbirgt sich vor dem Unrat. Unheilige können den Herrn nicht sehen. Wie könnten wir Sünder Gottes Königreich betreten? Deshalb wurde Gott in den letzten Tagen abermals Fleisch und drückt Wahrheiten aus und vollbringt das Werk des Gerichts und der Züchtigung, um die Menschen zu reinigen und vor Sünde und Satan zu retten. Es ist, wie der Allmächtige Gott sagt. Obgleich Jesus viel unter den Menschen wirkte, vollendete er nur die Erlösung der ganzen Menschheit und wurde das Sündopfer der Menschheit. Er befreite den Menschen nicht von seiner ganzen verdorbenen Gesinnung. Den Menschen völlig aus dem Einfluss Satans zu retten, verlangte nicht nur von Jesus, das Sündopfer zu werden und die Sünden des Menschen auf sich zu nehmen, sondern es verlangte auch von Gott, ein noch größeres Werk zu vollbringen, um den Menschen völlig von seiner satanisch verdorbenen Gesinnung zu befreien. Und jetzt, da den Menschen seine Sünden vergeben worden sind, ist Gott in das Fleisch zurückgekehrt, um den Menschen in das neue Zeitalter zu führen und hat das Werk der Züchtigung und des Gerichts begonnen. Dieses Werk hat den Menschen in ein höheres Reich gebracht. All jene, die sich seiner Herrschaft unterwerfen, werden sich an höherer Wahrheit erfreuen und größere Segnungen empfangen. Sie werden wahrlich im Licht leben und sie werden die Wahrheit, den Weg und das Leben gewinnen. Der Retter ist also bereits gekommen. Der Herr Jesus ist im Fleisch wiedergekehrt als der menschgewordene allmächtige Gott. Der allmächtige Gott hat alle Wahrheiten ausgedrückt, die die Menschheit retten. Er verrichtet das Werk des Gerichts, beginnend mit dem Haus Gottes. Kein anderer als Gott im Fleisch kann die Wahrheit ausdrücken und die Menschheit retten, ganz gleich wie groß oder berühmt. Nur der Gott im Fleisch, der zur Erde kommt, ist Christus, der Retter. Was bedeutet Christus? Es bedeutet Retter. Also, wie verrichtet der allmächtige Gott, der Christus der letzten Tage, das Werk des Gerichts? Der allmächtige Gott sagt, Christus der letzten Tage setzt eine Vielzahl von Wahrheiten ein, um den Menschen zu lehren, das Wesen des Menschen zu entlarven und die Worte und Taten des Menschen zu sezieren. Diese Worte umfassen verschiedene Wahrheiten, wie zum Beispiel die Pflichten des Menschen, wie der Mensch Gott gehorchen soll, wie der Mensch Gott treu sein soll, wie der Mensch eine normale Menschlichkeit ausleben sollte, sowie die Weisheit und Disposition Gottes und so weiter. Diese Worte richten sich alle an das Wesen des Menschen und seine verdorbene Veranlagung. Insbesondere werden die Worte, die aufdecken, wie der Mensch Gott verschmäht, in Bezug darauf gesprochen, wie der Mensch eine Verkörperung Satans und eine feindliche Macht gegen Gott darstellt. Wenn Gott Sein Werk des Gerichts durchführt, verdeutlicht Gott nicht nur einfach die Natur des Menschen mit nur ein paar Worten. Er entlarvt ihn, befasst sich mit ihm und stutzt ihn auf lange Sicht zurück. Alle diese verschiedenen Methoden der Entlarvung, des sich Befassens und des Zurückschneidens, können nicht durch gewöhnliche Worte ersetzt werden, sondern nur durch die Wahrheit, die dem Menschen völlig fehlt. Nur Methoden wie diese können als Gericht bezeichnet werden. Nur durch ein derartiges Gericht kann der Mensch gebändigt werden und völlig überzeugt werden, was Gott betrifft und darüber hinaus wahre Gottes Erkenntnis erlangen. Was das Urteilswerk herbeiführt, ist die Erkenntnis des Menschen von Gottes wahrem Gesicht und von der Wahrheit über seine eigene Aufsässigkeit. Das Urteilswerk macht es dem Menschen möglich, viel Erkenntnis über den Willen Gottes zu gewinnen, über den Zweck von Gottes Werk und über die Geheimnisse, die ihm unbegreiflich sind. Es erlaubt dem Menschen auch, sein verdorbenes Wesen und die Wurzeln seiner Verdorbenheit zu erkennen und zu verstehen, sowie die Hässlichkeit des Menschen festzustellen. Alle diese Auswirkungen werden durch das Urteilswerk herbeigeführt, da das Wesen dieses Werkes eigentlich das Werk ist, die Wahrheit, den Weg und das Leben Gottes all jenen zu eröffnen, die an ihn glauben. Dieses Werk ist das Urteilswerk, das von Gott vollbracht wird. In den letzten Tagen rettet uns Gott, indem er die Wahrheit ausdrückt, um unserer sündigen Natur zu entlarven, sodass wir die Wurzel unserer Sündhaftigkeit und die Wahrheit unserer Verdorbenheit durch Satan erkennen. Sobald Menschen das begreifen, können sie zu wahrer Reue gelangen und sie selbst verachten und hassen. Dann können sie anfangen, aufrichtig Buße zu tun und sie sehnen sich danach, die Wahrheit zu verstehen und zu erlangen. Sobald sie die Wahrheit praktizieren, können sie sich Gott unterwerfen. Dann verstehen sie die Wahrheit und leben in Übereinstimmung mit den Worten Gottes und dann verändert sich ihre Lebensdisposition. Indem sie ständig das Urteil der Worte Gottes erfahren, werden sie schließlich von ihrer verdorbenen Disposition gereinigt. Das heißt, sie sind vollständig gerettet und können in das herrliche Ziel eintreten, das Gott den Menschen bereitet hat. Das Urteil und die Züchtigung der Worte des Allmächtigen Gottes müssen wir deshalb annehmen. Wir müssen aufrichtig Buße tun und uns wirklich ändern, uns Gott unterwerfen und ihn anbeten. Das ist wahre Errettung, der Weg in sein Königreich. Über eine Sache sind wir uns im Klaren. Nur Gott, nur der Schöpfer kann die Menschheit retten und uns zu diesem herrlichen Ziel bringen. Dieser Gott hat die ganze Zeit über gesprochen und gewirkt, um die Menschheit zu führen und zu retten, bis heute. Die Bibel ist ein Zeugnis für Gottes Erscheinen und Wirken. Sie bezeugt, dass Himmel und Erde alle Dinge von Gott geschaffen wurden und legt Zeugnis vom Wirken des Schöpfers ab. Nur dieser eine wahre, fleischgewordene Gott, der unter uns kommt, ist der Retter. Nur er kann die Menschheit retten. Dieser Retter muss der wahre Gott im Fleisch sein und die Wahrheit ausdrücken. Können sie also retten? Sie können nicht einmal sich selbst retten und Gott bestraft sie für ihre Sünden. Könnten sie die Menschheit retten? Alle diese Kaiser sind schon lange tot und jetzt sind sie alle in der Hölle. Ihre falschen Götter können die Menschheit nicht retten. Ihr dürft unter keinen Umständen an einen falschen Gott glauben. Das ist töricht und unwissend und wird euch ins Verderben stürzen. Denkt daran, dass der Retter der fleischgewordene Gott sein muss, dass er die Wahrheit ausdrücken muss. Das kann nur von Gott kommen. Jeder Retter, der die Wahrheit nicht ausdrücken kann, ist falsch und betrügt die Menschen. Jeder, der nicht Gott im Fleisch ist und behauptet, Gott zu sein, ist ein falscher Christus und ein böser Geist. Sie sind keine Retter und können uns nicht retten. Satan und alle bösen Geister geben vor, Gott zu sein, aber sie wagen nicht zu behaupten, der Schöpfer aller Dinge zu sein und schon gar nicht den Menschen geschaffen zu haben. Sie wagen nicht zu sagen, der Menschen Schicksal bestimmen zu können. Sie führen nur hier und da ein paar Zeichen und Wunder vor, um die Menschen in die Irre zu führen. Diese falschen Götter und bösen Geister sind alle Dämonen, Teufel, die die Menschen verderben. Sie sind die Feinde des Schöpfers des einzigen wahren Gottes und wollen ihm die Menschheit entreißen. Deshalb sind diese Dämonen und bösen Geister Gottes Feinde, die er verabscheut und verdammt. Wer diese Dämonen und bösen Geister anbetet, der wird von Gott verdammt und vernichtet. Der allmächtige Gott sagt, Solange die alte Welt weiter existiert, werde ich meine Wut auf ihre Nationen schleudern und meine Verwaltungsverordnungen im ganzen Universum offen verkünden. Und wer immer gegen sie verstößt, den werde ich mit Züchtigung heimsuchen, während ich mein Angesicht dem Universum zuwende, um zu sprechen. Hört die ganze Menschheit meine Stimme und daraufhin sieht sie all die Werke, die ich im ganzen Universum vollbracht habe. Diejenigen, die sich meinem Willen entgegenstellen, das heißt, die sich mir anhand der Taten des Menschen widersetzen, werden unter meiner Züchtigung niederfallen. Ich werde die zahlreichen Sterne in den Himmel nehmen und sie neu machen und dank mir werden die Sonne und der Mond erneuert werden. Die Himmel werden nicht mehr so sein, wie sie waren und die Myriaden von Dingen auf der Erde werden erneuert werden. Alles wird durch meine Worte vollkommen werden. Die vielen Nationen innerhalb des Universums werden neu aufgeteilt und durch mein Königreich ersetzt werden, sodass die Nationen auf der Erde für immer verschwinden und alle ein Königreich werden, das mich anbetet. Alle Nationen der Erde werden zerstört werden und aufhören zu existieren. Von den Menschen innerhalb des Universums werden all jene, die dem Teufel gehören, ausgelöscht werden und alle, die Satan anbeten, werden durch mein brennendes Feuer da niederliegen. Das heißt, außer denen, die sich jetzt im Strom befinden, werden alle in Asche verwandelt werden. Wenn ich die vielen Völker züchtige, werden diejenigen in der religiösen Welt in unterschiedlichem Maße in mein Reich zurückkehren, erobert von meinen Werken, weil sie die Ankunft des Heiligen auf einer weißen Wolke gesehen haben werden. Alle Menschen werden ihrer eigenen Art nach getrennt werden und ihren Handlungen entsprechende Züchtigungen erhalten. All jene, die sich gegen mich gestellt haben, werden untergehen. Was diejenigen betrifft, bei deren Taten auf Erden es nicht um mich ging, sie werden aufgrund der Art und Weise, wie sie sich verhalten haben, unter der Leitung meiner Söhne und meines Volkes auf der Erde weiter existieren. Ich werde mich den unzähligen Völkern und den unzähligen Nationen offenbaren und mit meiner eigenen Stimme werde ich auf der Erde erschallen und die Vollendung meines großen Werkes verkünden, damit die ganze Menschheit es mit eigenen Augen sehen kann. Es gibt einfach so viel über Gottes Errettung zu sagen. Machen wir für heute Schluss. Ich freue mich darauf, bald mehr mit euch zu sprechen. Bis zum nächsten Mal. một Untertitelung des ZDF, 2020